Schützenhof in Ganderke Herzlich Willkommen zum dritten Rockertalk Ich habe mich erst mal vorstellen, mein Name ist Lars Petersen, ich bin der Herausgeber von Bikesmusik.com Der ein oder andere kennt das Magazin, das ist ein Online-Magazin und wir präsentieren heute den dritten Rockertalk mit dem Thema das Insignia-Verbot und die Zeitaufgangsgesetze, was kommt auf die Szene zu? Der ein oder andere hat vielleicht den ersten oder den zweiten Talk mitverfolgt. Und da war es eher so ein klassisches Frage-und-Antwort-Spiel, das werden wir heute versuchen zu umgehen. Unser Bestreben ist es, dass die Runde sich offen aus sich heraus entwickelt. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Thema. Das erste Thema, an dem ich aktiv war, die alten Recken, wichtiger denn je. Das ist ja relativ geschmeidig. Jeder, der in der Bande ist, hat irgendwelche alten Member, die den Club maßgeblich mitgeführt haben, kann man natürlich mitreden. Heute reden wir über juristische Themen, über rechtliche Themen. Also das wird mit Sicherheit noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ich denke, Stiebel ist diese Beziehung sehr gut vorbereitet. Erstmal ist grundsätzlich das, was ich jetzt sehe, eigentlich genau das, was damals vor meinem geistigen Auge ablief, als ich dann schlussendlich die Entscheidung betroffen habe, dass wir das Ding wieder aufmachen. Nämlich ein Kessel Buntes. Und ich sage Respekt, Leute, der weiteste, glaube ich, aus München oder hinter München. Das ist eine geile Nummer. Es passt alles, das Wetter ist gut. Kessel Buntes. Friweiger sind da, im Heft ist da. Es ist nämlich genau das, was die Szene ausmacht. Und insofern denke ich mal, hat man jetzt schon, egal was hier gleich passiert, sicherlich in jedem Fall noch eine Message gegeben. Dafür danke ich euch. Zwei Sachen will ich sagen, weil es zum Thema passt. Der Staat ist der Souverän. Ich habe da alles schon mal gehört, wahrscheinlich in der Schule, in der Stadt, Bürgerkunde, wo die Leute euch so informiert haben über Pluralismus, Föderalismus, freiheitlich-demokratische Grundrechte, Freiheitsrechte. Und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Der Staat ist die Souverän. Und was ich von ihm erwarte, ist ja, dass er auf eine entsprechend fundamentale, souveräne Art und Weise die Gesetze vorbereitet, begründet, innerlich belegt und dann auch argumentiert. Stellt sich also die Frage, ob das, was 2017 passiert ist, wo dann schlussendlich das Insignentverbot beschlossen wurde, ob das Souverän war. Und geht mal mit mir zurück ins Jahr 2017, ich will nur mal zwei Aspekte ansprechen. Punkt eins, die zweite Lesung im Bundestag. Da hat ein MdB der Unionsfraktion, Herrn Rednerpult, das Wort ergriffen, hat so ins Plenum reingeschaut und seine Kollegen gefragt, habt ihr schon mal einen Rocker in die Augen geguckt? Ich weiß ja nicht, was er mir sagen wollte. Fakt ist, er hat dann verwiesen auf ein Gespräch mit einem Schauspieler. US-Serie Sons of Anarchy. Das ist ja das, was die deutsche Rocker-Kultur, also sowas von repräsentativ darstellt, Klammer auf, Ironie auf, Klammer zu. Auf jeden Fall hat er den wahrscheinlich auf irgendeiner PR-Veranstaltung oder irgendeinem Filmfest getroffen, hat sich mit dem unterhalten. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, was er mir damit sagen wollte. Was aber noch gesagt hat, ist, dass er ein Fan dieser Serie ist. Finde ich ja schon mal per se geil, dass da einer so eine Aussage tätigt, sich einen Schauspieler nimmt, der ja eine Rolle spielt, und solche Rollen ja generell überzeichnet werden, um dann zu sagen, er ist ein Fan der Serie, aber das, was da abgebiegelt wird, ist genau das, was wir in Deutschland haben. So ein Schwachsinn. Also frage ich euch, ist das souverän? Mich nicht. Zweites Beispiel war die Lesung. Die wurde ja initiiert von der Linken, von Uli Hedgen. Okay, da kann ich mich noch gut erinnern, da saß Dr. Michael Alsdorf, kennt viele als Chef, oder ehemaliger Chefredakteur der Balkanus, und neben ihm waren so zwei Rechtsgelehrten. Und die sind ja nicht von den Rockern eingeladen worden, das ist ja über das Gremium gelaufen, und da sitzen ja nicht die Krücken. Sag mal, wenn ich einen neuen Starfighter konzipiere, setze ich ja nicht den schlechtesten Flieger dahin, sondern wahrscheinlich den besten, oder? Und da habe ich eigentlich gedacht, naja, okay, die machen da den Deckel drauf. Ja, was passiert? Der greift das Wort, sagt, ja, Eingabe habe ich vergessen, aber ich mache mich kurz, das könnt ihr so nicht machen. Das geht nicht. Wir wollten Exempel statuieren. Dann hat er das ausgeführt. Und hat ganz klar festgestellt, alles, was er in der Runde hört, nämlich in dieser Innenausschusssitzung, ist eine Bewertung aus polizeilicher Sicht, vielleicht strafrechtlicher Sicht, hat aber substanziell nichts mit einem Insignienverbot zu tun. Und so sah ich das damals und so sehe ich das heute. Als er das gesagt hat, ist dem Dr. Michael Alsdorf fast die Wasserflasche aus der Hand gefallen. Ja, da habe ich gedacht, okay, da ist noch eine zweite Dame, eine Professorin, wenn die jetzt einsteigt, macht sie den Ausklag. Was ist passiert? Sie hat dezidierter, fundamentaler ausgeführt, dass das so nicht geht und dass wahrscheinlich dieses Gesetz in der Form, so wie es beschlossen werden soll, einer gerichtlichen Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht nicht standhält. Weil die sagen ja in so einer Serie nicht, das würde nicht durchgehen, weil die halten sich die Hintertür offen. Jetzt habe ich gesagt, oha, Michael hat gar nicht mitgekriegt. Eigentlich müssten die der Logikform das Ding jetzt irgendwie zurückgeben und mal die Stellschrauben. Nee! Dritte Lesung, vierte Lesung, das hat keine Sau interessiert. Ihr habt es ja damals im Mann einfach so festgestellt. So, das ist so durchgegangen, das ging durch den Bundesrat zum Bundespräsidenten. Ja gut, wir haben da noch ein bisschen hingeschrieben, da wusste jeder von uns, da kommt eh nie was zurück. Das Ding war durch und das hat gewisse Gründe, über die wir zu sprechen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen interessanten, attraktiven Talk. Ganz wichtig ist, wir haben nachher den Open Talk. Und da hat jeder von euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu dem, was gesprochen wurde, was euch interessiert und was zum Thema passt. Nutzt das. Im ersten Block hat das super funktioniert und das macht das Ganze aus. Ja, holt euch die Infos, deswegen seid ihr da. Wenn ihr scheißen müsst, kein Problem, auch wenn die Kamera läuft, ihr könnt auf Toilette gehen, ihr könnt auch ein Getränk bestellen. Wir sind ja hier nicht bei Maidrin Hildner. Ja, das ist clear, das ist roh. Er kann auch mal, naja, rülpsen solltet ihr nicht, aber Handys bitte aus. Ja, weil wenn ihr plötzlich die Klinge leicht losgeht, weil die Jungs zu Hause neugierig sind, das muss wie du um nicht sein. Und ansonsten wünsche ich euch eine attraktive Veranstaltung. Und bedanke mich dafür schon mal, dass ihr da seid. Und mit dem Schluss hätte ich einfach mal die Runde vorgestellt. Fangen wir an zu meiner Linken. Peter Vizepräsident vom LaGania MC und ich denke, dass ein Applaus werbt, dass er sich da hinten auf den heißen Stuhl gibt. Der nächste in der Runde vom Baselz-MC, der Präsident Baselz-MZ South West. Ganz genau, der Ron. Der nächste von den Torgästen, Michael Korzentner, Pressesprecher Bandidos-MC. Neben ihm, der Pressesprecher des Hedritus-MC, Jango 81. Daneben, schön kuschelig, aus Berlin, hier finde ich einen 80, den hätte ich zwar nicht so im Zettel haben, okay, jetzt sitzt du da da und mach was draus. Für ihn auch wieder. Und zu dem Mann daneben gehe ich deshalb ein bisschen dezidierter darauf ein, weil er der Einzige ist, der nicht aus dem Club kommt. Publizist und Otto Lothar Berg aus Berlin. Ja, ich habe wirklich versucht, auch mal, ich will nicht sagen, die Gegenseite, aber die andere Seite einzuladen. Mir war klar, das wird wahrscheinlich nicht gelingen, aber wir haben versucht, Susanne Mittag, Boris Pistorius, auch in der Journalie, wir waren kurz davor, es hat nicht geklappt, die Sender haben gesagt, nein, wenn sie das Format nicht leiten können, wenn sie es nicht lenken können, sondern wenn wir diejenigen sind, die das vorgeben, eigentlich unter den selben Voraussetzungen wie in den Politoraks, da kommen sie halt nicht. Weil es könnte auch passieren, dass plötzlich meine Kunden getan werden, wo sie Probleme haben, das vorgefertigte Skript überhaupt abzuarbeiten. Weil hier musst du es spontan machen. Insofern ist er leider der Einzige, aber ich bin froh, dass er da ist, dass es auch mit dem Schande geklappt hat. Und der letzte in der Runde vom Rolling Beats FC NOS, Präsident Fischer. Herr Dicke ist jetzt raus, schön, dass ihr da seid. Ich gehe mal weiter ins Schiebe.